Hey Leute und willkommen zu einer neuen Create-A-Sim-Folge. Ja, viele von euch haben sich gewünscht, dass wir Nathan Prescott erstellen und natürlich machen wir das, er gehört schließlich dazu. Und ich habe diesmal komplett ohne Custom-Content gearbeitet, denn die vorgegebene Kleidung hier passt eigentlich relativ gut zu ihm. Ist jetzt vielleicht nicht 1 zu 1 passend, aber diese Collage-Jacke, das kommt seinem Outfit dann doch schon nah. Und mir persönlich hat es ganz gut gefallen, deshalb habe ich da auf Custom-Content verzichtet. Und die Haare sind vielleicht jetzt ein wenig blonder als beim Original Nathan und die Frisur passt auch nicht hundertprozentig. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Blond um einiges lieber mag als dieses, ja, grelle, gelb, goldblond. Das hätte überhaupt nicht gepasst, das hat mir gar nicht gefallen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden und ich muss sagen, ich bin mit meinem Nathan-Sim eigentlich relativ zufrieden. Ich finde, man erkennt sofort, wer es sein soll, auch wenn die Frisur jetzt nicht hundertprozentig passt. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden und ich hoffe, wir sehen ihn dann bald endlich im Let's Play. Und vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß noch beim Rest des Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann, viel Spaß noch beim Rest des Videos und bis zum nächsten Mal. Und dann, viel Spaß beim Rest des Videos und bis zum nächsten Mal. Und dann, viel Spaß beim Rest des Videos und bis zum nächsten Mal.